Wenn du den Launchbereich der Konferenz betrittst, um vielleicht dich zu stärken oder tolle Gespräche zu führen, lade ich dich ein, lass deinen Blick einfach mal schweigen und du wirst Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern der Region erkennen und entdecken und du wirst sehen, dass auch auf diese Art man Gott wunderbar loben und preisen kann. Ich wünsche dir dabei ganz tolle Impulse für dich und dein persönliches Leben und ich freue mich, dich kennenzulernen. Gott hat uns ein wunderbares Geschenk gemacht, seine Kreativität. Wir lesen im ersten Mose von der Schöpfung, wie Gott alles geschaffen hat, wie er es betrachtet hat, wie es gut war und wie er den Menschen geschaffen hat nach seinem Bild. Und in jeden Menschen, in jeden von uns hat Gott so ein Stück seiner Schöpferkraft hineingelegt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!